Letzten Monat hat John mich etwas gefragt. Es war eine seltsame Frage. Er wollte wissen, wie es sich so anfühlt, erwachsen zu sein. Hörst du bitte auf? Wann hört man auf, ein Kind zu sein? Ich wusste keine Antwort für ihn. Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Kannst du deiner Mutter sagen, dass ich hier bin? Nein, sie ist nicht da. Das ist dein Leben, John. Das ist das, was du machen willst. Um der zu sein, der du bist. Hi, hier spricht Anna. 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 Das tut mir leid. Bis zum nächsten Mal.